Fürsing am Bayern, den 20. Dezember 1967 Liebste Susi, wie geht es dir? Mir geht es wie immer gut. Bald ist Weihnachten. Die ganze Zeit läuten die Glocken. Heute Abend haben wir eine Adventsfeier. Wir wissen alle jetzt schon, dass Frau Lüders den Nikolaus spielt. Aber keine will in den Spaß verdanken. Ich finde, sie sollte in ihrem Alltag auch mal was Lustiges erleben. Ach, könnte nur Timmy, mein lieber Hund, hier bei mir sein und die ganze Weihnachtskraft sehen. Ich bin ein Willi, mein lieber Hund. Ich bin ein Willi, mein lieber Hund. Die ganze Zeit läuten die Glocken. Ich bin ein Willi, mein lieber Hund. Ich bin ein Willi. Ich bin ein Willi. Applaus Applaus